Hallöchen Pupüchen und da sind wir wieder. Zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale. Im Prinzip einsammeln lohnt sich eh nicht, das nehmen wir mal mit. Da hat kein anderer das Recht das mitzunehmen. So. So, eine Sekunde noch und dann geht es los. Juhu. Oh, bei fünf. Bei die Fünsel. Wo wollen wir denn runter? Da wäre es vielleicht ganz nett. Da wäre eigentlich ganz nett da runter zu springen. Bis dahin sind glaube ich auch die meisten schon raus. Ja, guck mal was da los ist. Alter Verwalder. Alter Verwalder, was ist da los? So, jetzt hüpfen wir mit raus. Zack. Wollen wir nochmal sehen, ob wir da hinkommen. Ja, hinkommen vielleicht. Es sei denn, wir werden vorher weggedudelt. Da ist schon der erste weggedudelt. Kann man denn die Landung vermasseln? Ach nee, das ist hier. Ah, toll. Da fliegen wir direkt weiter, da landen mehrere will. Nein, da ist auch noch einer. Oh. Nein. Geh da rum. Alter, was? Hat er sich gerade selber mit in die Luft gesprengt? Lol. Mach den Selbstmord, Alter. Hat ihn ja jetzt Vieh gebracht. Das hat ihn ja jetzt Vieh gebracht. War das ja die allererste Runde oder was? Wollen wir uns doch nicht sowas auf engstem Raum? Alah. Sowas macht man doch nicht auf engstem Raum. Nein. Da geht man doch mit tot. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der geht auch mit Spitzhacker auf mich los. Aber nein. Dann macht er das einfach so. Wat'n Vogel. Das hat ihn ja überhaupt nichts gebracht. Hab ihn noch nie benutzt. Handgranaten. Warum hüpfst du denn? Ich schieß dir auf den Arsch. Hallo? Äh, wo kommen wir denn runter? Da. Ähm. Ja, die Frage ist... Wollen wir da hin? Obwohl, da gehen wahrscheinlich wieder mehrere, viele hin. Dann eher da. Echt witzig. Das fand ich jetzt echt gut. Ich mach mich selber tot, Junge. Du... Ich kann hier ja auch gerade keinen sehen, der hier noch landet. So. Hopp. Na. Ich will hier rein. Den gönnen wir uns direkt. Den gönnen wir uns direkt. So. Siehst du, da haben wir direkt Waffen. Ein bisschen Schutz haben wir auch. Doch. Da schimmert was Nilan ist. gut ziehen wir direkt weiter Richtung Fluss wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich die Zone hingehen Dibidibidib, Dibdib, 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 Dibdib Ah, das war vorhin unfassbar Oh, Panzerfaust, bumm, ich muss mich selber tun Unfassbar So, wollen wir mal gucken, ob wir hier oben nicht irgendwie was finden Haben wir bestimmt auch einen richtig guten Ausblick Hoffe ich doch mal Da ist auch niemand drin Da drüben ist auch keiner 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 Hier ist definitiv eine Okay, Magazin ist bereits voll Drüben im Haus habe ich auch einen gesehen Ich kann nicht sehen, wo das Ding runterkommt Drüben im Haus Wo ist der hingeduselt? Da können wir nicht rüberjumpen Okay, wir sind auf jeden Fall in der Zone Der schniepelt da rum Ah, da drüben ist er Okay, baut sich da hoch Das Ding ist im Weg Ätzend Aber scheinen wir es eh gleich los Okay Okay, wir versuchen mal zu dem kleinen Haus da oben zu kommen Ah, lass mir da liegen So, wir sind Ja, safe Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen Oh, Alter, das kann nicht wahr sein Warum? Wieso kriege ich die nicht weg? Ich habe wahrscheinlich vollen Schutz gehabt, die blöde Kuh Der Polnische 5, 9, 6, 5 Hat mich eliminiert Platz 25 sind wir geworden Immerhin Ja, die andere Pussy war leider ein bisschen schlecht Sonst hätten wir wahrscheinlich ein, zwei Kills hingekriegt Aber leider war das ein bisschen kacke da Und die da, ja Hat wahrscheinlich vollen Schutz gehabt Na, guck mal, jetzt verregt sie auch Jetzt verregt er Na, guckst du Jetzt schön durchs Fenster Na Und ciao, Baby Siehste, so wird Rache ausgeübt Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Dabeisein Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ciao